QTP Arts Willkommen junger Künstler bei QTP Arts. Heute zeichnen wir Blumen. Lasst uns gemeinsam zeichnen und malen. Lasst uns gemeinsam zeichnen und malen. Wir beginnen mit den Blütenblättern. Die Blütenblättern. Jetzt lasst uns es ausmalen. Orange Musik 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 Dunkelgrün. Ich werde es an meinem Fenster platzieren. Musik Zeichnen wir zuerst seine Blütenblätter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Fügen wir nun einige Blätter als Hintergrund hinzu. Geld Dunkelgrün Vosel 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Lass uns jetzt die Rose zeichnen. Fügen wir auch ein Blatt hinzu. Fügen wir auch ein Blatt hinzu. Jetzt lasst uns das gemeinsam ausmalen. Boat! 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt zeichnen wir die Sonnenblumme. Beginnen wir mit dem Zeichnen eines großen Kreises. Jetzt fügen wir seine Blütenblätter hinzu. Bis zum nächsten Mal. Lass es uns gemeinsam ausmalen. Orange. Rot. Braun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kett. 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 Um dieses Video anzusehen, klicken Sie auf den unten in der Beschreibung angegebenen Link.